Seit den frühen Morgenstunden warten sie ja einige, die sind schon seit drei Tagen da und kampieren, aufliegen, aufdecken, alles was sie so hier vorfinden. Nur um sie zu sehen, die Kelly Family, die heute Abend hier auftreten wird, vor der wunderschönen Kulisse des Klosters Bands. Hier werden sie Platz nehmen, die treuen Fans, noch sind sie nicht da, aber gleich wird alles voll sein hier. Wir warten und wir freuen uns auf die Kelly Family. Kulisse Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020